Ja, eine Mannschaft auf jeden Fall, die was holen will, die keine Punkte geben will, wie jede andere Mannschaft in der Bundesliga und das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen uns konzentriert einfach vorbereiten, wir müssen genau hinschauen, was die so machen, was ihre Stärken und Schwäche sind und uns darauf konzentrieren und versuchen, das Spiel zu gewinnen.